Alle 3 Minuten konntet ihr entscheiden, was passiert. Die Challenge, die weit über 100 Versuche gebraucht hat. Ihr, die Zuschauer, konntet alle 3 Minuten in meinem Stream an einer Umfrage teilnehmen. Zur Auswahl standen über 100 Ereignisse, die passieren konnten. Und einige davon waren wirklich fies. Aber heute gibt's das finale Video zu dieser Challenge. Vielen, vielen Dank nochmal für das geile Feedback von euch beim letzten Video. Wir haben auch schon etwas für eine nächste Challenge vorbereitet. Was das sein wird und alles dazu erfahrt ihr dann im nächsten Video. Vielleicht diese ist schon was auf Twitch. Da stream ich übrigens daily twitch.tv. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem unfassbar coolen Video. Oder nicht? Das ist... Oh Gott! Tschüss, Ravager! Ihr müsst... Oh Gott! Kennst du noch die Biene Mario? Oh mein Gott, ach nee. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ist das Loch von euch, ihr Säcke? Leute, ich hab ne Efficiency 1 Pickaxe. Speed für 30 Sekunden. Ich dachte grad, das wird wirklich zu Obsidian, ne? Oha, wie schön. Mitten im See einfach so ein Wound Portal. Ha 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 ha. Tschüss. Blindness ist okay. Einfach kein Immobilier, bitte. Okay. Unser Portal wurde soeben mit Bedrock ersetzt. Ja, geh doch weg. Ich hab keine Rüstung an! Wo ist meine Rüstung? Meine Rüstung ist weg! Weg! Damage, Portion, Regen? Okay, easy. Wir werden... Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Bitte drop ne Pearl! So! Zwölf Perlen! Ich weiß es nicht mehr. Danke, jetzt kann ich überschnell traveln. Ich weiß nicht mehr, wo das Portal ist. Das ist der Plan. Das war's jetzt. Ich hab ein Goldschild aus der Kiste gelootet. Vielleicht ist das Portal weg. Shut the fuck up. Da bin ich gestorben. Folgende Phrase, die ich jetzt sage, hab ich noch nie so gemeint wie jetzt. I'm done. Du bist Fletcher. Ihr seid alle die Richtigen. Ne, einer ist falsch. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Der Blitz ist eingeschlagen. Und jetzt sind meine Fletcher Hexen. Ich habe das noch nie erlebt. Das ist das Lächerlichste, was je in dieser Challenge passiert ist. Let's the run. Gib guten Spawn. Dschungel. Ich hasse Dschungel. Ich sag euch, was es ist. Das ist der Run. Das wird's. Er ist einfach so übelster weg. Oh mein Gott, ja. Wither. Wither. Nicht mit mir. Levitation. Wie lange? Zwei Minuten. Wir müssen weg vom Wither. Das ist no joke nicht gut. Wir müssen einfach nur hoffen, dass jetzt kein Impfklier kommt. Und dass wir einfach raus können. Und hä? Was wurde denn weggekliert? Also war's sein Timing auch, ne? Ruined Portal. Ruined Portal. Kohle. Nehmen die Kohle mit. Oh mein Gott. Okay, Gold. 34 Gold ist schon mal nicht schlecht. Oh, setze Obsidian. Das könnte der Run sein. Das könnte der Run sein. Ach, kein Bock mehr. Da war eh nix. Wir machen jetzt drei Goldäxte oder vier Goldäxte. Und holen ordentlich Holz mit. Das geht relativ schnell. Dann geht das sehr schnell. Wir machen nochmal drei Äxte. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Das Gold ist es definitiv wert. Das war nur Damage, hoffentlich. Ich glaube, es war nur Damage. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wir haben sechs, sechs Holz. Wir haben genügend. Let's go. Und jetzt einfach nur Glück haben, dass unser Emmental nicht gekliert wird. Bitte weh, mein Emmental wird gekliert. Ich hasse euch. Tee he he. Oh, das war so satisfying. Wenn wir jetzt ein Dorf finden, dann haben wir sogar wirklich den Run gewonnen. Können sogar Gap craften. Das machen wir noch schnell. Oh nein. Oh nein. Nicht der Wither. Oh mein Gott. Back here. Saved. Wir müssen, bevor wir irgendwas machen, jetzt drei Deas holen. Wir müssen eh wegen des Withers kurz unten chillen. Der Wither ist immer noch hier. Ein Darn. Riesenhöhle. Oh mein Gott. Hey. Warte mal. Hä? Warum ist hier Nether Rake? Ah, Nether gleich Welt, ihr Säcke. Eins. Zwei. Noch mehr Deas. Wir machen Wither noch. Dia. Pam. Noch ein Wither. Ach der. Ach man. Noch ein Wither. Leute. Warum denn? Ich hab drei Wither in diesem Game. Drei. Dia. Spitzhacke. Boom. Der ist immer noch bei uns. Das ist so insane. Ah. Wir sind aus der Hölle raus. Oh mein Gott. Wir machen jetzt hier ein Portal. Zack. 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 Bam. Äh, bam. Hier die Lava. Ne, oder? Ich bin so ein Vollidiot. Ich hab mich verplaced. Ja, perfekt. Da ist Wasser, oder? Bam. Revenger. Okay, Bro. Das ist so smart. Ich weiß nicht, ob das eine gängige Methode ist, wie man die fightet, wenn man keine Equip hat. Aber Leute, das ist so smart. Komm her. Tschüssi. Hat jemand schon mal so ein Portal gegossen? Ich weiß es nicht. Rein da. Ah. Ich guck einmal auf Chat, auf einmal greif mich ein Hoglin an. Bitte einfach nichts Böses. Ah. Oh mein Gott. Speed. Okay, wo sind wir? Festung. Ich fass es nicht. Das ist der Run. Digga. So, der Spawner ist da. Let's go. Besser nicht. So, Bladeshot Nummer 1. 1 aus 7. Bladeshot. Bladeshot. Oh mein Gott. Wir haben schon 3. Das wird der Run. Alter, wie viele. Ah. Viel zu viele. Viel zu viele Mobs. Wow. Ich lebe. Ich lebe. Alles gut. Alles gut. Es sind viel zu viele Blazes hier. Alles gut. Ich habe gegappt. Neun Bladeshots. Blindness. Nein. Wir können direkt alle Pearls traden und dann direkt zum Stronghold. Bitte Abstimmung gönnen. Es darf jetzt nichts passieren. Wo bin ich? Ich glaube, wir machen es so. Wir machen uns mal ganz kurz einen Gap. Bam. Ambil Rain? Es regnet Ambil, aber wir sind direkt unter der Netherdecke. Das heißt, es bringt nichts. Wir hören das Portal. Wir hören das Portal. Raus. Ist jetzt der Ravager in die Overworld? Hä? Ja, okay. Und jetzt, wenn wir jetzt in die Overworld gehen, der Ravager wird uns an das Hobbs nehmen. Bist du Stark? Oh. Ach, Digga. Ja, geh mir nicht auf den Sack. Kein Bock mehr. Ähm, okay. Wir wurden jetzt in den Hobbs eingebaut. Ist aber nicht schlimm. Outpost. Das heißt, wir haben in der Nähe ein Dorf. Wo ist das Dorf? Dorf! Let's go. Okay. Jawohl. Der Erste hat seine Bestimmung gefunden. Und er tradet sogar schon das Richtige. Es geht los. Sticks, 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 Sticks. Let's go. Let's go. Let's go. Kollegen. Einer wird Cleric. Du wirst Cleric. Nee, dann nicht. Das ist so wichtig, der Run. Der ist so wichtig, der Run. Es ist soweit! Sieben Pearls. Noch fünf Pearls. Der Sicherheit wegen... Oh mein Gott. 15 Ende Augen. Nichts wie weg zum End. 88,9. Eins, zwei... Och, Digga. Ungefähr vier. Ich bin in die falsche Richtung gehoppt. Ich bin so blöd. Bitte nicht zerploppen. Oh mein Gott. Okay, das war's für meine Dummheit. 95. Okay. Egal wie gut ich das spiele, wenn wir Pech mit dem Umfang haben, verlieren wir das. Uh! Bitte nicht zerploppen. Es lebt. Ey, das ist so weit weg, das Stronghold. Oh! Zerploppt! Okay. Ungefähre Augenabschätzung. I'm done. Wir haben das Portal. Wir sind kurz davor, das Spiel durchzuspielen. Wir sind kurz davor, die Challenge abzuschließen. Wir sind beim Stronghold. Ich fass es nicht. Wir sind da. Und wir haben sogar noch eine Pearl. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir können uns saven mit der Pearl. Wir sind beim Endportal. Und das war ein Elfei. Oh, keine Zeit verlieren. Bam, 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 bam. Es geht los! Nach dreieinhalb Wochen. Das ist so ein Pain. Ich hab keinen Kürbis. Da bist du. Sie ist so schön. I'm done. Okay. Wir haben kein... Wir haben... Oh mein Gott. Purnen wir uns raus. Nein, wir purnen uns nicht raus. Bitte kein Attacking Phase. Wir müssen Risiko eingehen. Risiko, Risiko, Risiko. Nein. Hehehehe. Wir müssenć...